Einen wunderschönen guten Tag hier zum ADAC Hockenheim Historic, das Jim Clark Revival Markenclub. Und zwar ist hier so ein Markenclub-Treffen heute am Samstag. Ich habe ein großes Video gestern gemacht durch das komplette Fahrerlager, alle Boxengassen, alles was es zu sehen ist, das komplette Gelände plus am Ende des Videos etwa 20 Minuten Racing und heute auch ultra viel Racing schon gefilmt. Das kriegt ein eigenes Video heute für den Samstag. Heute ist der Race Day, gestern war Qualifying und Practicing. Und jetzt mache ich ein eigenes Video hier an der Mercedes Tribune, nur für den Markenclub. Da vorne geht es rein und hier sind ganz viele Leute, die privaten Fahrzeuge ausstellen können. Ich werde gerade angerufen, muss ich mal drangehen. So, wo bin ich stehen geblieben? Ich bin gerade bei einem Ponton Mercedes mitgefahren. Einmal hier beim Parkplatz, vielen Dank an Leon. Da vorne fährt er der grüne Ponton, da ganz oben links im Bild. Jetzt fährt er gerade weg. Ich weiß nicht, hier, Viper. Füllen wir mal schön alles, wie sich das gehört. Wie gesagt, Markenclubs. Ich laufe einmal über den gesamten Parkplatz, dass jeder sich selbst finden kann. Freuen sich immer die Leute, wenn sie sehen, zum Beispiel er hier kommt aus Bern und sagt, ach gucke mal, da ein Video, da hat man mich gesehen am Hockenheimring. Und das ist verewigt in der YouTube Cloud. Viper, ganz tolles Auto. Corvette, 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 Corvette. Ich nehme mal an, der Corvette-Markenclub. Wie gesagt, ich habe hier das komplette Event gefilmt. Und dazu gehört halt auch hier dieser Parkplatz. Der kriegt ein eigenes Video. Hier Mercedes-Benz SL-Club. Ein GKT-C. Und das ist die Dingsbums-Edition. Hier der geile Unimog. Habe ich ein komplett eigenes Review über den Unimog auf dem Kanal. Mir liegt es auf der Zunge, oder ist das eine Final Edition? Wir haben es ein paar Mal gemacht. Der hat dann hier diese Räder. Und das Designio Magno Nachtschwarz. Die Keramikbremse ist vermutlich optional. Und muss nicht zwingend dazugenommen werden. Da ist er, der Ponton. Da bin ich eben mitgefahren. Deshalb habe ich den Faden verloren vom Videostart. Ich weiß nicht, wie gut man es sehen kann gegen die Sonne. Dingsbums-Edition nenne ich ihn jetzt einfach mal. Ich als riesiger Mercedes-Fan. Aber es gibt so viele Editionen mittlerweile. Dass das halt einfach... Da merke ich mir mittlerweile auch nicht mehr jede anfangs... So alte Editionen, so kenne ich alle. Jeder auswendig. Hier sind die SLs. Alles Pagode. 107er. 107. Baureihe. SLC. Das Coupé davon. Da hinten stehen auch noch welche. Dann hier M1. Wir sehen auf der Rennstrecke mehrere. Da habe ich ein bisschen was vor hier, wenn ich den ganzen Parkplatz ablaufe. Aber dann haben wir auch ein schönes Video. Ich will dir mal kurz mit dem Handy fotografieren. Ich will das Video jetzt nicht wieder stoppen. Dann mache ich mal noch ein Foto mit dem Telefon. Warte mal. Die Kamera hier. Dass ihr auch was sehen könnt. Wahnsinn. Ah, HG. Spoiler. Machen wir von da auch nochmal ein Bild. Fantastisch. So, einmal rüberlaufen. Weil ich will dann nämlich auch wieder auf die Rennstrecke. Allerdings ist es ganz gut. Da vorne kann ich nämlich auf die Rennstrecke. Kommt gleich die nächsten Rennserien fürs große Video. Ah, guck mal. Hier sind so Cobras da hinten. Das, was ihr da hört und seht, sind die Porsche vom Porsche Experience Center. Hier hat sich eine merkwürdige Cobra verirrt. Eine seltene Spider-Cobra. Falschparker direkt abschleppen lassen. Vielleicht hat er eine Cobra ist kaputt gegangen. Da hat er den genommen. Nee, guck mal hier. Das ist noch eine Cobra. Das ist lustig. Wieso steht der denn da dazwischen? Kamen sie zu spät. Dann standen schon andere Leute daneben. Hier eine Mercedes-Tribüne. Heißt mittlerweile Ost-Tribüne, glaube ich. Heißt gar nicht mehr Mercedes-Tribüne. Da ist auch kein Stern mehr drauf. Ist trotzdem Mercedes-Tribüne auf alle Ewigkeiten. DMC DeLorean. Komplett aus Aluminium. RW. Ich überlege gerade, ist das, glaube ich, jemandem, mit dem ich ein Instagram mal geschrieben habe. Ist gut möglich, dass er das ist. RW. Hat er der RW? Da laufen wir mal hier gemütlich weiter. Wenn ich hier auf jedes Auto eingehe und irgendwas zur Sache dauere, das zu lang. Schönes, kleines Markenclub-Video. Dass sich jeder freut. Hierher kommen. Der Mini kriegt auch Screen Time. Auf der Strecke fährt gerade niemand. Das sind wirklich nur hier vom Porsche Experience Center. Kannst du Kohle zahlen, dann kannst du mal Porsche auf der Rennstrecke, auf dieser kleinen von Porsche Experience Center fahren. Habt auch über das Porsche Experience Center auf meinem Kanal ein Video. Hm, der SL hat sich auch hier verirrt, nach ganz hier hinten. Der könnte ja vorne beim SL-Club parken. Vielleicht sei da kein Mitglied von und hat sich da nicht getraut, sich dazu zu stellen. Oder aus irgendwelchen anderen Gründen hier hinten geparkt. So, was haben wir hier? So gegen das Licht filmt sich das nicht so gut, ne? Kunterbunte Lotus. Komm, einmal die hier von hinten. Zack. Okay. Okay. Das war's für heute. Hier haben sie noch so ein Stehen, die sehen hier ganz, ganz neue, wie hieß er, Imica oder sowas? Ja, ein Prototyp-Fahrzeug, das ist witzig, weil ich ein eigenes Video über den gemacht habe, es ist noch nicht geüploadet, dann muss ich den mal kurz auch noch filmen, das passt gut zum Video, dann stoppe ich hier für eine Sekunde, für euch ist es eine Sekunde, da bin ich wieder, kurz mal das Auto abgefilmt, weil es nage Neues, Alpin, 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 ich habe das oft verredet, Alpina, Alpin, Alpina, BMW, Veredler, Alpin, die hier, und jetzt gibt es ja die Neuen, die bisschen was von der Form auch mitgenommen haben, ich habe gerade kurz mal geguckt, hier ist aber keiner, vielleicht taucht noch irgendwo einer auf, dann kann ich euch den neuen Alpin zeigen. Turbokult. Ja. Das ist doch der Standard, die hier haben wir. Ihr habt da Alpina, was man leicht verwechseln kann vom Name her, was aber etwas komplett anderes was ist. So, was haben wir hier noch? Den S2000 hier im Eck. Da fahre ich einmal hinter und dann gehen wir hier in die letzte Reihe. Ja, da vorne steht noch der GD2RS. Wer auf meinem Instagram fleißig zuschaut, der hat heute Morgen ein Foto von dem schon gesehen. Zu dem gehe ich jetzt aber nicht extra nochmal hin. Hier noch so einen uralten MP412C. Respekt an den Besitzer. Die sind nämlich immer kaputt gegangen. Selbst die modernen gehen alle kaputt. Das war so einer der, ich weiß ja, als der rauskam, aber es war was Besonderes. Irgendwie so ein neuer McLaren, der nicht irgendwie Hypercover, affordable, also irgendwie erschwinglich. Selbstverständlich für Superreiche, aber halt nicht irgendwie eine Million. X8 ist witzig, funny fact. Da ist der geile Unimog. Gibt es ein Video auf dem Kanal. Die hintere Tür. Es ist so eine Suicide Door, die nur aufgeht, wenn die vordere Tür offen ist. Ich glaube, das war's. Markenclub, Hocker im Ring. Schaut alle anderen Videos an. Abonniert, liked, kommentiert und schaut alle Videos auch zum Unimog. U5023 Unimog Otexo eingeben, dann seht ihr eine Mitfahrt in diesem Fahrzeug. Super geil. Aber sehen Sie. In der letzten Phase des Flughauses